Was mir an meiner Arbeit am meisten gefällt, ist der ständige Kontakt zu unseren Gästen. Ich bin Hotelkauffrau aus Luspenhausen und arbeite seit drei Jahren im Göbel Schloss Hotel oder auch Prinz von Hessen genannt. Meinen Kollegen und mir ist es besonders wichtig, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und den Fünf-Sterne-Standard genießen können. Bereits während meines Abiturs habe ich in der Gastronomie gearbeitet, was mein Interesse an dem Beruf nur noch gefestigt hat. Neben dem Check-In und der Reservierung plane und organisiere ich Hochzeiten und koordiniere die Veranstaltung. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit einer Freundin in Hersfeld shoppen. Anschließend gönnen wir uns eine leckere Kugel Eis in der Altstadt. Am Landkreis gefällt mir gut, dass man nicht weit fahren muss, um in der Natur zu sein. Der Breitenbacher See liegt nur drei Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Hier kann ich entspannt den Tag ausklinken lassen. Mein Name ist Angelika Dick, ich bin 22 Jahre alt und Hotelkauffrau aus Luspenhausen. Hersfeld-Rotenburg, hier habe ich Zukunft. Gestaltet eure Zukunft in unserem Landkreis. Wir unterstützen euch. My name is Angelika Dick, ich bin 22 Jahre alt und warmeig. Ich bin 23 Jahre alt und warmeig. Ich bin 21 Jahre alt und warmeig. alt und warmeig. Untertitelung des ZDF, 2020